hallo leute und herzlich willkommen zurück zur southpark direkter cholere zerreißprobe so wir werden uns jetzt in richtung der freedom pelts begeben damit wir endlich eine habt ihr auf jeden fall schon mal ja und wir werden uns jetzt mal bei den freedom pelts einschleusen lassen von professor chaos versteht sich da bin ich jetzt auch schon bin ich jetzt auch schon gespannt auf moment mal habe ich jetzt gerade professor chaos bei mir im team müsste ja noch so sein oder jawohl wie wird es jetzt den chaos kindern gefallen wenn wäre es jetzt nicht schon ziemlich komisch wenn der professor chaos gegen seine eigenen untergebenen kämpfen müsste ok das erklärt natürlich sehr schön ich habe gehofft dass es irgendwelche dialog optionen gibt wenn ich jetzt professor chaos gegen sein lakain kämpfen lassen tatsächlich ist dem so gewesen sehr schön die spannung bringt dich um mach schon selbst bei frühen doktor who folgen sahen die effekte besser aus klappe hater eure kostüme sind so schrottig die würden sich auf jeder comic con wie zu hause fühlen wow komm mal ihm jetzt an danke wendy oh moment entweder das phone destroyer macht nicht genug schaden dann lieber das das war jetzt mit dem dritten mal habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet so der eine schon mal weg so ich werde den mal verwirren und schocken hoffentlich greift er seine kameraden an so ihr kleinen cosplayer solltet mal an euren stunts feilen ah sorry wegen des zugs ob freedom pearl oder coon friend ich find dich cool ah schluss jetzt dann zulich den echten furzen denn selbst justiz lang ach verdammt ey dass die verwirrung meistens nicht funktioniert finde ich schon ein bisschen krass hoppala habe ich mich leicht verschluckt so was jetzt die frage oder mache ich lieber den phone destroyer ne wäre nicht genug ja ich sollte mal lieber ein bisschen aus dem weg gehen damit der humankind auch noch nachdrücken kann lächeln lösch dein account uh ich habe vollkommen vergessen dass die das machen fuck das war jetzt natürlich nicht so geil ah ok ich gebe mal dem professor chaos ein wenig schutz danke macht euch auf schmerz gefasst chaos chaos blitz hey sind das echte special effects oder animierte siehst du doch voll echt wer animiert denn heutzutage noch ja jetzt kann ich endlich wendys ultimative kraft sehen aber jetzt bin ich gespannt operation f 17 oh gott oh gott oh gott oh gott krass geil ach ich liebe die ultimative kräfte sowohl von butters als auch jetzt von wendy die sind alle so extrem geil oh 35 technik dinge und 2 dollar 19 krass wie viel geld wir jetzt kriegen nicenstein hoh nicht schlecht moment mal ähm ich bin doch damals schon mal im kino gewesen bin ich jetzt eventuell in der lage da an orte ranzukommen wo ich vorher nicht ran konnte da oben sehe ich jetzt was ah hahaha oder ne moment da sind doch jetzt so offene aber naja es wird mir nichts bringen weil ich die draht drähte gesehen habe ich dachte da kann ich jetzt etwas mit professor chaos machen mit einem weiteren haustierchenmord pff die erinnerbären hatte ich doch schon oder erinnerst du die passion christo? ja hatte ich ah das will ich nicht erinnern erinnerst du sinbad als genie in shazam? ja äh nein ich erinner ich erinnere mich an äh sinbad in shazam darin kann ich mich erinnern daran kann ich mich erinnern obwohl ich ehrlich gesagt an den film nicht mehr so viele erinnerungen habe ich habe jetzt viel mehr erinnerungen an das review vom nostalgia critic und der nostalgia critic hat diesen film viel witziger werden lassen als er eigentlich war startbereit sehr gut aha da ist doch schon mal ein weiteres yaoi build twin stick shooter klar nackt videospiele spielen warum auch nicht boah 75 glassplitter was? holy shit damit habe ich nicht gerechnet krass so und wenn ich jetzt hier hochgehe was finde ich hier oben auf dem dach ah ich kann von dach zu dach fliegen hätte ich mir denken können wow 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 jetzt stinkt mein ganzes outfit gern geschehen oh lässt er mich jetzt hier zurück what the fuck oh oh moment moment ich will wieder zurück ich will zurück ach scheiße ich habe da oben eine fucking truhe übersehen och wieso kann ich jetzt ach seid ihr kacke ist dahinter ein weiteres yaoi build versteckt ah wusste ich es doch tweak und craig seelenknuddeln ach seid ihr scheiße rezept für extremes gegengift ah komme ich da jetzt gar nicht mehr wieder hoch oder was aber müsste ich doch eigentlich ich komme hier jetzt nicht mehr raus oh ich sehe schon was ich tun muss hier mit dem guten alten diabetis das ist ein klack für ketten diabetes wer ist jetzt der ich bin ein sprachführer und ich habe diabetes ich weiß gott melken ich habe meine pflicht getan nun muss ich gehen tschau so wie komme ich jetzt an das dinge da oben ran das ist jetzt eine verdammt gute frage oder hm hm irgendwie muss das doch möglich sein ne ich bin nicht in der lage das ding wieder in seinen ursprungszustand zu versetzen was kann ich denn sonst tun sehr merkwürdig irgendwie muss ich doch an die tasche da oben rankommen ich weiß nur noch nicht wie vielleicht brauche ich einen weiteren zeit kurz das ist absolut vielleicht vielleicht so ich muss noch einmal ins kino gehen weil ich habe auf dem dach von dem coffeeshop etwas übersehen verdammte scheiße ach das ist zum kotzen was konnte ich jetzt gerade ach ne die sitze runterklappen ne ne muss net sein so ich brauche nochmal deine hilfe human kite startbereit aber eins muss man den kai lassen respekt dass er es schafft seine unfassbar volumen äh sein unfassbares volumen an roten haaren unter diese haube zu stecken meinen respekt dafür ich meine unter seine mütze kann ich ja noch verstehen die lässt ja noch einiges an platz zu aber das ding holy shit und nicht eine strähne von seinen haaren ist zu sehen respekt klebeband und smartphone ja 50 technik teile musste sein leute ich kann nichts liegen lassen darin hätte jetzt auch irgendetwas besonderes sein können verdammte scheiße wie komme ich da nochmal ran das kann doch nicht sein da Moment kann ich da einen hamster reinschicken nein ungültiger verbündeter Mist ah natürlich mit toolshed einen Furz da durchjagen warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen vielleicht weil ich es langsam satt habe dass mir ständig Schläuche in den Arsch gesteckt werden könnte könnte einen irgendwann bis zum Hals raushängen okay so was ist jetzt da drinne kreuzfahreranzug und kreuzfahrerhaube okay okay die Haube finde ich jetzt nicht so geil aber die das ist der Anzug ach nö mit aufgemalten solarplexus drauf ne ich brauche keine aufgemalten muskeln bei mir muss man die muskeln auch so durch die kleidung hindurch sehen können blabl random Arnold Schwarzenegger Geräusch blabl okay kann ich per Schnellreise zu den Freedom Pals reisen? geht das? ich bin der schnellste in der Stadt nope lohnt sich gar nicht okay dankeschön danke Fans mit dem habe ich schon ein Selfie oder? na verdammt mit dem kann ich gar keins machen sind Superhelden nicht schon wieder out? na die werden niemals out niemals Superhelden werden niemals out sein ah jetzt erst kann ich hier scheinbar einen Schnellreisepunkt freischalten war der vorher gar nicht hier aufgebaut? oh Charakterbogen Elite the fuck? okay ich habe gerade ne Trophäe bekommen Charakterbogen Elite was ist das denn? hm ah hier Verbrauchsgegenstände extremes Gegengift stimmt brauche ich auf jeden Fall einiges an Medizin für was genau? entfernt negative Statuseffekte verstärkt den Angriff und verleiht bei Zugbeginn maximale Regeneration geil das ist auf jeden Fall nicht schlecht davon brauche ich auf jeden Fall ein paar so sechs Stück ah im Inventar sind jetzt sieben okay ja passt ist okay ist vollkommen okay also dann Chaos bist du bereit? hier ist die Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten Alter damit sind die nicht DC sie sind äh ah Fox oder naja eigentlich doch Marvel aber äh mehr in X-Men Richtung also sie mit DC jetzt zu vergleichen das war wieder mal so eine kleine ein kleiner Aussetzer meines Herzens ah das habe ich aber auch schon gehabt okay ich wollte mich nur noch mal vergewissern Chaos okay ja schön ich weiß Bescheid komm hier lang den Vater von Tupperdose habe ich ja bereits erledigt ah ich sehe da oben schon da ist also ihre Geheimtür ha sie glauben so ein Terminaldings hält Professor Chaos auf? ich hecke alles ich gucke mal eben noch hier ob sich hier jetzt auch irgendetwas Neues ergeben hat wahrscheinlich nicht aber sicher ist sicher war ich in dem Garten von denen? ja doch war ich okay dass ich in den Schuppen nicht rein kann finde ich äußerst verdächtig naja gut ich glaube ich habe hier bereits alles geplündert was nicht nid und nagelfest ist gut ja dann töten wir ein weiteres Kleintier oh man typisch South Park hacken in Anführungszeichen so ein feiner Lakai so kleiner alter und zack wow perfekt okay sehr gut uuuuuh Polycarbon mach 5 ist das Tupadosis ultimativer Anzug oder was? das sieht geil aus ah oh 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 nein oh hey äh hey Mysterion wir wollten nur mit Dr. Timothy reden warum äh wir finden nur dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und äh dachte mir schon dass du hier landen wirst sie wollen ausführen hier woran Timothy arbeitet reißen wir sie ins Stöcke nun mal langsam hören wir was sie zu sagen haben ja Tivis Gedankenschirm ist so gut oh Gott wer ist das? das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich Professor du willst dem Neuen wirklich helfen die Franchises zu wechseln? äh ja ähm na ja wir finden nur dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und äh na ja wir dachten einen Wechsel bei Coon & Friends keine Zukunft haben oh Gott der Neue hat mich gefragt wie trete ich bei Coon & Friends aus und da ich Coon & Friends hasse helfe ich ihm hast du was erfahren? die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten oh sehr gut Butters hahaha gut gemacht sie dürfen nicht sehen woran du arbeitest und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? wir werden sehen ob Wunderarsch gute Absichten hat okay und wie willst du das wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission du kannst ihm dabei helfen brauche keine Unterstützung schon gar nicht von dem Neuling sei nicht so Tupi denk an das Motto der Freedom Parts Tupi haha ich schicke euch die Details wenn ihr dort seid fangen wir an bis dahin muss ich wieder an die Arbeit hahaha Timmy hat so eine sexy Stimme Menschenskinder hey Wunderarsch wir haben den Beratungstermin mit Mr. Mackie triff uns in der Schule sobald du kannst haha ich bin so nervös ich find's geil dass Tweak sich mit seinem Kostüm nur dezent nur ein paar Nanomillimeter mehr Mühe gegeben hat als Craig als Super Craig ups da ist mir jetzt mein kleiner Handywecker runtergefallen aber zum Glück ist er robust hey Mysterion was geht nicht so schnell zeig erstmal dass du wirklich zu uns gehören willst ach schade vergiss es der Doc arbeitet an etwas das uns alle retten wird ach ich könnte deiner Stimme ewig zuhören Mysterion ich hab dich im Auge Wunderarsch hier ist Sperlgebiet ich vertraue dir nicht Wunderarsch aber ich geb dir ne Chance ich hab dich im Auge Wunderarsch okay ach aber ach die Stimme ist so genial wo ist Captain Einsicht das frage ich mich ehrlich gesagt auch der muss in diesem Spiel eine Cameo haben so Magnetmeister Anzug Moment okay Mesmer Anzug Viper Anzug Magnetmeister Armbänder Viper Klingen Stirnband Kopfbedeckung Kapuze Viper Augen krass auf jeden Fall mal wieder ein Arsch voll von neuen Kostümen so jetzt ist aber auch die Frage was gebe ich dafür her ich hab hier wieder einiges oh alter guckt euch das mal an ne 1300 86 Schrott es ist unfassbar okay ich werde auf jeden Fall sagen wir mal 586 verkaufen immer wenigstens wenigstens nicht allzu viel weil ich ja jetzt langsam schon merke okay ich brauche definitiv mehr Komponenten um gewisse Dinge herzustellen vom Bio Gefahrengut kann ich mir unendlich viel herstellen lassen da muss ich jetzt nicht mit sparen Moment 258 wollte ich ups so aber Medizin wird knapp langsam habe ich das Gefühl das könnte eng werden Kleidungsmeister hier könntest du mich für immer einsparen t achso halten oh okay ist da etwa was dahinter Rocket Gas oh Astralklopfer Dümmel geil ein Artefakt mit Dümmel drauf was bewirkt es denn genau ich habe schon viel mächtigere Artefakte schade ein Schallresonator der stark genug ist ein Loch in die Astralebene zu schlagen durch das in Schüben außerirdische Energie strömt hui nicht übel Training Room okay geiler Trainingsraum sieht nicht schlecht aus die haben hier tatsächlich auch noch das Kampfsystem quasi auf den Boden geklebt nicht schlecht also ein richtiger Trainingsraum tatsächlich der zu dem Gameplay des Spiels passt sorry falls ich nicht ganz bei der Sache bin mein Dad wurde gestern zuhause verhaftet nachdem er uns eingebrochen wurde ach das tut mir leid wie ist das denn passiert wir tun uns erstmal was du kannst Neuer war schon richtig sich den Freedom Pals anzuschließen oder ja wir sind voll die Freedom Pals geil nice Professor Chaos yeah Butters cool sehr schön und wieder mal einen weiteren Titel verdient okay wir sollen also zur Schule gehen wie sieht's von der Zeit her aus ich guck nochmal ganz kurz ach wir haben noch ein paar Minuten das passt das passt okay dann zeigen wir den Freedom Pals was wir drauf haben damit wir sie von innen heraus vernichten können oh nein ein korrupter Kopf au haltet dagegen Jungs das ist nur einer oder kommen jetzt auf einmal Kollegen von ihm an tatsächlich alter der stand da alleine wie zur Hölle hat er das jetzt hingekriegt weg mit euch alter wow Moment habe ich jetzt Wander Tweak bei mir und sind das sind die beiden jetzt Pflicht sieht so aus okay krass feuert einen Blitz auf die Feinde und führt zu Schock ein Angriff der garantiert schrumpft und unter Kühlung verursacht heilt und verwöhnt einen Verbündeten ähm was ist mit verwöhnt gemeint ich habe Angst vor dieser Heilkraft ich weiß ja dass er schwul ist was wird er mit Butters machen ähm bleib cool super Klimasteuerung Chaos kommt euch holen Chaos Blitz bist du sicher dass du nicht radioaktiv bist Professor? nein das war eine gute Antwort Führung Gefechtsprotokolle aus okay schlage alle Gegner in der Nähe und stoße sie zurück tausche die Plätze mit irgendjemandem und erhalte Schutz oh das wäre eigentlich nicht schlecht wenn ich jetzt den Platz mit Wunderarsch tauschen würde ach ne oder einen offensiven Geschützturm die Frage ist Moment wenn ich mir jetzt das Schlachtfeld angucken könnte ist gerade bei mir in der Nähe irgendeiner bei dem der Geschützturm auch wirken würde ich glaube nicht ich tausche lieber mit Wunderarsch die Position und kriege dann Schutz so ja ne hätte sich nicht gelohnt tatsächlich so das würde ordentlich Schaden verursachen das Problem ist das würde aber auch den einen Kerl äh so zu mir ziehen dass er meine Kollegen doch noch erwischen würde das will ich jetzt nicht riskieren also ich würde dann ja seine Kraft auf einmal so verlegen dass er meine Kollegen treffen würde Autsch Hände hoch gut alter was geht mit dir? ach so ok ich dachte schon bin ich dran? bin ich dran? sehr gut schockier dich was? nice hast aufhauen Leute gleich herrscht Chaos sooo ja mach äh ich werde lieber den noch einmal schocken und verwirren naja wobei das bringt jetzt nicht viel dass er verwirrt ist das war jetzt nicht so clever äh das will ich lieber rückgängig machen ich will nicht dass er Schutz kriegt ein zu weniger für die bösen ein zu weniger für die bösen ein zu weniger für die bösen super tornado aktiv prügeln sie ins nächste jahrhundert prügeln sie ins nächste jahrhundert hm naja den einen sollte ich jetzt wenigstens schon mal erledigen ja da schaffen wir Leute sehr gut oh verdammt sehr gut keine bewegung you suck sehr gut schockierend nicht wahr? Leute wollt ihr meinen hammer des Chaos sehen? Der ist cool ja boah damit könnte ich beide auf einen Schlag erledigen ja warum nicht? die kraft ist so geil haha der wahre Professor Chaos nice so gut das habe ich schon in dem letzten Teil so sehr gefeiert äh seine Professor Chaos Fähigkeiten als Paladin das war so genial Nutzsack Zwangsleichensack 2,18$ und Oculus Schmockulus war für eine richtige Oculus Rift kein Platz hier in dem Spiel oder was? der Kerl so er hat Polizisten verprügelt weird so Urlaubspostkarte ok Blitzfreak kann ich von Nutz von Nutz äh was trifft dich mit dem Freedom Pals beim Seemniohren Zentrum? äh ich dachte in die Schule ah geh zur Schule von South Park Therapiekriege bau keine Bruchlandung ok ha krass ja gut also muss ich scheinbar allen von denen helfen ja gut dann helfe ich halt zuerst dem äh dem Tupperware Typ ich wollte nicht Supercrake Tupperdose so sammle 10 Kunstagram Follower um dir den nächsten Titel zu verdienen Stufe 8 Influencer huch Artefakte was haben wir jetzt Neues? ah da oben Oculus Schmockulus ein stiller Sammler von unendlichen Abscheulichkeiten dieses Überwachungsgerät ist dafür bekannt sich gegen seine Besitzer zu wenden ein älterer und ja doch älterer und stärkerer äh Cousin des Powermikros aha so was haben wir jetzt? naja das ganze Zeug das wir bei den Freedom Pals jetzt gekauft haben hm naja hm ne 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 warum sollte ich als Kartoffelsack verkleidet rumlaufen bitteschön ih Moment mal Moment mal Panther Handschuhe die sehen eigentlich nicht schlecht aus die nehme ich nicht übel und Viper Augen auch nö 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 garantiert nicht ok dann gehen wir als allererstes ins Altenheim oh Gott Altersheim oh nein ist das nicht sind alte sind alte Menschen nicht mein Kryptonit? oh nein werde ich jetzt zum ersten Mal gegen Gegner kämpfen müssen gegen die ich eine Schwachstelle besitze was auch immer diese Schwachstelle sein mag ich habe keine Ahnung wahrscheinlich kriege ich direkt am Anfang des Kampfes einen Debuff bin ich überzeugt von ok allerdings würde ich sagen werde ich in das Altenheim erst im nächsten Part reingehen vielen lieben Dank fürs Zusehen Leute und hoffentlich sehen wir uns auch zum nächsten Part von South Park die rektakuläre Zerreißprobe wo wir sehen werden bei welchen Problemen wir den Freedom Pals helfen können ich bin gespannt also dann bis dahin ciao ciao